Ein Team ist sehr wichtig für mich in der Oper. Ich kann nicht gut arbeiten, weil ich habe keine gute Beziehung mit dem Dirigent und besonders keine gute Beziehung mit dem Sänger. Das für mich ist sehr wichtig. Ich mache Oper, weil ich bin ein Teammensch. Ich liebe mit einem Dirigent zu sein in einem Probeprozess und neue Sachen entdecken. Das bedeutet für mich, es war sehr wichtig, dass ich eine Kollaboration in diesem Stück mit einem Dirigent, der erstens liebt Theater und zweitens hat einen sehr interessanten Blick über das Stück. Wir sind sehr glücklich, dass Philipp Jorden dieses Stück mit mir macht. Er hat das Stück in Paris dirigiert, grandios. Er versteht, dass das Stück muss weg von dieser bombastischen, pompöser Qualität. Es muss leicht und sinnlich und so weiter und ich finde das toll. Und er ist ein Dirigent, der liebt Sänger und er liebt Theater. Und es freut mich riesig sehr, dass wir machen das zusammen, Hand in Hand durch diese Abenteuer zu gehen.